Dann schauen wir jetzt einfach mal auf der großen Insel. Mal gucken, was wir da jetzt noch so benötigen. Oder vielleicht können wir sogar schon aufstocken, denn das sieht eigentlich ganz gut aus, wenn ich mir so die Ressourcenstände angucke. Was wir ja eben gemacht hatten. Gut, klar, Bio-Hards einmal noch aufstocken. Obwohl, brauchen wir gar nicht. So viel verbrauchen wir gerade nicht. Ich kann nicht gut mit Waffen umgehen. Was hat er eigentlich für uns? Drei Klimastabilisatoren. Mal gucken, können wir vielleicht denn auch noch machen. Erstmal stocken wir ein bisschen auf, aber die große Insel dauert auch immer lange beim Laden. Und dann habe ich mir noch gedacht, damit man die Prozessoren ein bisschen aufstocken kann. Die Quantencomputer meinte ich natürlich, nicht die Prozessoren. Dass man da vielleicht ein bisschen Optimierung macht. So, wie sieht's aus? Genug, genug. Mehr als genug. Ja gut, Luxuskost könnte ein bisschen knapp werden. Intelliware eventuell auch. Was brauchten wir denn dafür? Nur die Fasern und die Mikrochips. Da mach ich das aber anders. Ah, passt nicht, oder? Es sei denn. Es sei denn. Es sei denn. Das machen wir so. Und so passt das. So, da sind wir bei 35 plus. Jetzt brauchen wir aber Fasern. Können wir eigentlich vorsichtshalber direkt nochmal erweitern. Genau deswegen. Passt genau. Sehr schön. Dann werden wir davon aber hier oben einsetzen. Dann haben wir nämlich kein Logistikproblem in der Ecke hier. Ja, hier haben wir noch genug Ausbaureserven. Das ist schön. So, da haben wir auch ganz gut. Androiden 28. Da brauchen wir wohl nicht so viel jetzt von. Der Rest sieht eigentlich doch ganz gut aus, finde ich. Und zu reichen, ja. Da müssen wir mal gucken, dass wir in irgendeiner Ecke wirklich so einen kleinen Streifen mal bauen, wo wir die ganze Polizei und alles hinsetzen. Einfach um Platz zu sparen. Nun, machen wir mal erst mal den Block. Na, jetzt haben wir einmal aufgestockt und ging nicht wirklich viel runter. Jetzt brauchen wir mal ein paar niedrigere, jo. Die haben wir. Wettbewerbsvorsprung ausgebaut. Fehlende Gebäude dieser Art. Ich glaube, wir sind an unser Limit irgendwie gestoßen. Habe ich so das dumpfe Gefühl. Das wäre gar nicht schön. Das wäre gar nicht schön. Wir wollten noch die Millionen knacken. Das ist jetzt richtig ärgerlich. Es sei denn. Wir setzen uns hier einfach noch eine Reihe hin. Oder passen hier zwei hin? Und so zwei? Ne. Das ist so optimal. Der Unternehmenswert ist gestiegen. Schade. Da können fünf Angestellte rein. Nicht sonderlich viel. Wie viel passt denn hier rein? Bis zu 20. Da sind wir bei 160. Auch nur. Was soll denn? Ja, passt. Sehr schön. Dann hoffe ich jetzt mal, dass das... Naja, nicht ganz, aber... Dann setzen wir hier mal noch eine kleine Stätte hin. Dann müssten wir rein theoretisch hier aufstocken können. Entschuldigung. Sie sind wahrscheinlich... Das sind ja schon mal ein paar. Das sind ja schon mal ein paar. Was sagen die Ressourcen? Was sagen die Ressourcen? Nicht viel. Wir haben scheinbar mehr als genug. Dann stoppen wir die Reihe einmal auf. Die. Die. Das sollte... Immer noch ganz gut aussehen. Ja. Was soll man an dieser Firma... Die brauchen eine Bahnstation noch. Wo soll man die noch hinbauen, ey? Okay. Okay. Wir müssen uns echt was einfallen lassen. Äh, wo war sie jetzt? Hier. Energie. Dann brauchen wir noch Sicherheit. Oh. haben wir genug von ich weiß das sieht richtig mist aus aber nützt ja erstmal nicht mehr als ausreichend danke für alles was sie für uns getan haben ja mehr geht schon fast gar nicht also jetzt gerade zu dem zeitpunkt zumindest immer noch unzureichen dann müssen wir auf jeden fall gucken dass wir in der arktis noch ausbauen können